Wir betreten jetzt Hanamura. Yo und damit der allerherzlichen Willkommen zu einer Runde Overwatch. Oh, ähm, wir, was spielen wir? Roadhog. Ja. So, ich hoffe, die Aufnahme läuft diesmal ein bisschen besser als beim letzten Mal. Also, die kennen keine letztes Mal. Boah, ich hab schon mal einen aufgenommen. Das ist alles nicht so sang. Dann lauft das Spiel rein. GG, was soll das denn? Oh, ich kann ihn an, ich hoffe. Wow. Unlucky, würde ich sagen. Hey, Caramba. No. Woll, was? Bis da rechts, klick. Okay. 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 Wow. Geiler KS. Wenn du so zwei Rechtsklick, Leute, auf dich zulaufst, ne? Die hätten einfach nur ne Taste gedrückt halten müssen. Das ist schon ne neue. Ich weiß nicht, wie das Spiel von der Lautstärke her ist. Ich glaube, es ist ganz solo für euch. Aber, ne. Ah, Tresler schlicht es an, Tresler. 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 ...guck... Ja... Ich treff nicht mehr NAAAAAAAAOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ich bin einzig, der stirbt ey FAK Jetzt könnt ihr ins Haut los Ich hoffe, jetzt ist er nicht zu laut. Dann hat er sich auch nicht. Ja, nur weil ich ins Spiel reingejoined habe. BTF? Highlight des Spiels. Durchschreitet die Seelus. Au! Aha! Tja. Ich habe es ja nicht mal bis auf Level 19 geschafft. Krass. Gut! Dann würde ich sagen... Spielen wir in der Runde... Farrah. Ich beschütze die Unschuldigen. Oh. Oh. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Ja, geh, geh. Ja, geh, geh. Ja, geht's jetzt auch mal los, Digga? Ja. Ja. Ich beschütze die Unschuldigen. Jetzt immer noch warten wir. Lauter! Lauter! Yeah! Ja. 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 ich bin hier ach so zurück wie gesagt ich bin 18 ich sag's überhaupt mal nicht so viel gespielt alles so gut ich bin auf zielpunkt ich bin auf zielpunkt ich bin auf zielpunkt jetzt ist massiv ja komm alter als ob guck mal das ist so lächerlich Zeit für ihn zu liegen beef das sind natürlich keine luckshots oder so das ist alles skill hinter dir hinter dir ist das ihr ernst ist das ihr scheiß ernst guckt sie euch an was 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 wahrscheinlich wie absolut lächerlich schießt sie schießt einfach durch die Gegend und trifft dann einmal lucky oder was ich geh die jetzt mit ich geh die jetzt mit meiner Hul ich koste jetzt was es wolle aber so geht das natürlich auch das ist eure gerechte strafe blöde rechtsklick affedinger ne das ist so lächerlich das ist so lächerlich die 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 nein im ernst du wiesel genau das wollte sein nein du kleiner wichser das passiert mir nicht noch mal könnte besser laufen würde ich sagen aber jetzt haben wir auch so ein gay winston spaß okay das war nicht schlecht würde ich sagen da habe ich einfach noch mal am ende alles rausgeholt bis da so muss das laufen so muss das laufen und dann auch noch highlight geworden sah nicht nein sie haben den letzten kill nicht mehr mit reingenommen die miesen kackspasten ich habe nicht so auf die anderen geachtet ich gebe dir auch einfach noch mal was warum nicht so dann kommen wir uns hier noch kurz die statistik an ja am ende dann noch mal ein bisschen alles gut gemacht würde ich sagen und stupe 19 erreicht und eine lootbox was da die lootbox schauen wir uns eben noch an kleines pack opening kann ich pack opening in titel reinschreiben ist da boah boah geiler scheiß okay ich kenne mich da nicht so aus ich möchte das gerne ausrüsten hallo spaß okay ich würde sagen wenn es euch gefallen hat schaut beim nächsten mal wieder vorbei bis dahin ciao go go o wo go 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 go